Das ist mir egal. Das ist... ist dir egal? Ja, deswegen hab ich die auch Partie gegeben. Achso, das ist dir egal, ja. Da ich jetzt in deiner Aufnahme dabei sein durfte, wirst du auch in einer von mir sein, auf jeden Fall. Hab ich jetzt gerade so festgelegt. Ähm... Ja, da kannst du nix machen. Genauso wenig wie ich gegen YouTube-Media-Was tun kann. Nee, du bleibst jetzt hier. Ähhhh... Wo haben wir denn eine schöne Map? Desert. Desert. OP. Eines kann ich dir sagen, Atlantis gebe ich mir. NICHT! I gleich mit. Ah, komm. Ich hab gedacht auf Hex, komm mal HD. Hä? 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 Okay. Drei, zwei, eins und... Und... Also schaut bei ihm vorbei. Link ist unten in der Beschreibung ganz... ganz oben. Ganz unten. Ganz unten, Leute. Ganz unten. Der letzte Link in der Videobeschreibung von vorne. Ey, die sind nicht schlecht. Die sind nicht schlecht, sagst du? Nee. Sicher? 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 Der ist bei uns. Oh. Ja, du hast den. Ja. Oh, da war der Respawn-Code. Den hab ich genau gesehen, Miki. Ja, ja. Ja, ja. Hast du den nicht? Doch. Achso. Achso. Na dann, wenn du den ja auch läufst. Ja. Aber, weil das ist ja auch verboten. Pass auf. Äh, die Blauen kommen auch zu uns von der anderen Seite. Ja, moin. Ja, weil ich schnell die holen die. Ja, Miki vor Premium Plus. Ja, okay. Ich würd's schon präferieren, wenn das gommahd.net Team aka auch Klaus sich mal erbarmen würde, dir diesen tollen Rang zu geben. Nee. Doch, doch. Nee. Doch, doch. Fänd ich fresh. Äh, pass auf. Äh, diesmal aus. Ja, ich hab einen für dich. Oh. Okay, unser Bett. Oh. Äh, äh. Äh, ja. Warte. Äh, okay. Gegner kommt. Gegner wird verarbeitet. Ah, Bettabbau abgelehnt. Mies. Mies. Ähm, die Blauen, die sind raus. Oh. Ja, äh, die können trotzdem die... Ja, jetzt kommen die Gelben zu uns gleich. Obwohl, die gehen eher in die Mitte. Das sind echt schon eher in die Mitte. Äh, die Gelben kriegen auch noch Besuch von der anderen Seite. Was ist das denn für eine Runde, bitte? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sorry. Was? Wie heißt das? Sorry? I'm Maxi-King. Okay. Soll ich einfach rein? Ja, komm. Drei, zwei, eins. Zugriff. Zugriff! Digga, der wurde cool. Oh. Den krieg ich. Krieg ich. Oh, der hat noch ein Schwert. Pass auf. Mh. Dream Team. Okay. Äh. Oh lol, der Steve hinter mir. Hast du ihn? Nice. Ja, passt. Alles gut. Die Runde, du. Diese. Alter, wir hier alle nur zum Nachbarn bauen, ey. Erstmal ab in die Mitte, wa? Ja. Aber ich geh jetzt nicht auch schon in die Mitte? Nee, nee. Die haben ja Besuch von den anderen Nachbarn. Dann lass mal schnell in die Mitte gehen. Ah, du brauchst dann da. Okay. Ja. Damit wir so einen direkten Weg in die Base haben. Keine Umwege machen. Ja, ja. Immer sofort können. Kannst du nach rechts gehen? Nö. Von mir aus ist das links. Ja, 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 ja. Wolle, wie viel Gold hier liegt? Erotisch. Das sind aber bestimmt 20 Gold. Ja. Kommt hin, ich hab 24. Ich hab auch 12, hier. Hier. Nee, nee, Hälfte, Hälfte. Hallo. Brauch ich nicht. Wie grad bei... Hallo. Wie grad bei Skywars. Wo ist das Gold? Hä? Gönn dir. Warte, warte noch eine Sekunde, ich nehme mal ein bisschen Gold mit. Oh man! Warte, kriegst du auch noch zwei, haben wir beide 14. Ah, geil! Bei einem 13er. Oh ja, stimmt, ey, komm lass das machen. Ich sehe schon in den Kommentaren rumgeflamed, ey. Oh mein Gott. Ihr scheiß Goldplayer. Das sind die einzigsten Dinge zu haben. Die Skill. Die Bett haben, ja das auch. Achso. Ich dachte schon. Dann bringt der 13er ja noch mehr. Auf gehts Jungs. Oh Gott. Hä? Der Grüne, der fällt. Er ist runter. Was ist das bitte? Oh, ne. Oh mein Gott, meine OP wäre eben. Ich kann auch nichts bleiben. Ja, ja, ja. Geh weg, geh weg. Wo ist der? Da. Oh, ein Hit, ein Hit. Ein Hit, ein Hit. Zweiter Hit. Zweiter Hit. Tout. Tod. Okay. 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 Ärgerlich. Äh, lächerlich. Okay. Ja, wenn euch diese kurze knackige Runde mit Miki gefallen hat, lasst ein Abo bei ihm da. Push die Daumen nach oben Wenn ihr mehr mit diesem Mit dieser süßen Maus sehen wollt Schreibt's in die Kommentare Hast du noch was zu sagen, mein Kleiner? Nee Okay, dann Tschö mit dir